Hallo, grüß euch, da ist der Stefan von Bründl aus Schladming. Ich darf euch heute ein bisschen was über die Wanderschuhe erzählen. Was ist entscheidend, was ist wichtig beim Wanderschuh? Für uns natürlich einmal das Allererste, der Fuß kann einmal gut vermessen. Das ist einmal entscheidend, dass wir einmal auswählen können. Wir haben sehr, sehr viele Modelle da, dass wir einmal sagen können, was kommt überhaupt für dich in Frage. Des Weiteren kommt es dann wirklich auch darauf an, wie du kein Einsatzgebiet mit so einem Schuh gehen willst. Und da haben wir natürlich eine riesengroße Produktpalette da, wo wir dann für dich einen perfekten Schuh finden können. Was gibt es für Unterschiede im Wanderschuhbereich? Für uns natürlich, sage ich einmal, für unsere Region da ist es immer entscheidend, dass ich einen Schuh habe, mit dem, was ich sehr, sehr viel machen kann. Wir haben von bis, sage ich einmal, leichten Touren, leichten Bergen bis, sage ich einmal, sogar Röltouren bei uns in der Region einfach alles zu bieten. Für den Kunden ist es natürlich wichtig, dass der nicht fünf bis sechs Modelle da haben muss, sondern dass er maximal, sage ich jetzt einmal, ein bis zwei Modelle hat, mit dem, was er ein sehr, sehr großes Repertoire abdecken kann. Ich darf euch da jetzt einmal drei Modelle zeigen, wie zum Beispiel da jetzt einmal der Dachstein Verrater. Das ist für uns einfach ein Schuh, mit dem, was du sehr, sehr viel schon gehen kannst. Extreme Leichtigkeit. Ich habe eine Vibramsohle drauf. Ich habe einen Gorodex drinnen. Das heißt, der Schuh ist wasserdicht. Er hat eine super Leichtigkeit durch das Gorodex. Er ist atmusaktiv und winddicht. Des Weiteren hast du vom Außenmaterial ein Leder, was sich sehr gut an den Fuß anpasst. Also das ist ein Schuh, der was aus dem Gorodex-Material gemacht ist. Das heißt, es ist ein wasserdichter Schuh, ein winddichter Schuh und atmungsaktiv. Er ist sehr, sehr leicht. Den riesengroßen Vorteil, was der Schuh auch hat, ist, du hast außen das Ledermaterial, innen drinnen das Gorodex. Leder außen hilft natürlich extrem von der Anpassung her. Der Schuh passt sich total super an deinen Fuß an und du hast einfach ein irrsinnig gutes Tragegefühl. Des Weiteren hast du nachher einfach deinen Geröllschutzer drauf, der was einfach von den spitzen Steinen schützt. Und durch die Vibramsohle eine wirklich hundertprozentige Gummisohle, die was halt auch hundertprozentig rutschfest ist.